Carrera steht für Motorsport für zu Hause und ist der Weltmarktführer im Autorennbahnbereich. Neben Carrera Autorennbahn gibt es auch Carrera RC, die Marke für hochwertige ferngesteuerte Fahrzeuge, Fluggeräte und Boote. Starten wir mit Carrera Autorennbahn. Carrera ist das spanische Wort für Rennen. Rennen bedeutet Geschwindigkeit, Technik, Überholen und natürlich als erster über die Ziellinie fahren. Das macht den Mythos Carrera aus. Carrera bietet für alle Fahrer und Generationen das richtige Produkt, egal ob anspruchsvoller Profi oder kleiner Pilot ab drei Jahren. Das Autorennbahn-Sortiment umfasst insgesamt sieben Produktlinien, die in vier Maßstäbe unterteilt sind und so jedem Fahrer alle Wünsche erfüllt. Die Zahlen in den Namen der digitalen Produktlinien geben die unterschiedlichen Maßstäbe an. Alle Modelle sind maßstabgetreu mit originalgetreuer und hochdetaillierter Umsetzung. Die Fahrzeugauswahl basiert auf langfristigen Lizenzpartnerschaften. Toys for Big Boys. Carrera Digital 1.24 bietet das ultimative Rennsporterlebnis im größten Maßstab und ist die Premium-Linie von Carrera. Digital 1.24 ist das richtige System für alle Hobbyisten und echte Autorennbahn-Fans. Spurwechsel auf Knopfdruck, taktisches Überholen und Rennen für bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig. Carrera Digital 1.24 bringt den Motorsport von der Rennstrecke zu dir nach Hause. Carrera Digital 1.32 ist die Rennbahn mit innovativer Digitaltechnologie und höchsten technischem Anspruch. Der Maßstab 1.32 bietet die größte Auswahl an Fahrzeugen. Von Supersportwagen zu Boliden aus weltbekannten Rennserien wie der Formel 1, der DTM und dem GT-Rennsport. Ein Rennen für bis zu sechs Fahrzeuge gleichzeitig, die individuell programmiert werden können, bietet authentisches Rennfeeling und Spaß für die ganze Familie. Carrera Evolution ist die klassische analoge Autorennbahn für bis zu zwei Fahrzeuge gleichzeitig. Alle Evolution-Fahrzeuge können zu digitalen Fahrzeugen aufgerüstet werden. Auf Knopfdruckspurwechsel und dank digitaler Technik Rennen fahren mit bis zu drei Fahrzeugen gleichzeitig. Das sind die Highlights von Carrera Digital 1.43. Zudem sind alle Action- und Schienenteile von Carrera Go auch mit Digital 1.43 kompatibel. Bei Carrera Go dreht sich alles um Action. Loopings, Steilkurven und Kreuzungen sorgen für rasanten Rennspaß für Kinder ab sechs Jahren. Carrera Go bietet eine große Themenvielfalt und ermöglicht fantastische Rennen in den Welten von Disney-Pixacars und Nintendo-Mario-Kart. Oder heiße Kopf-an-Kopf-Rennen in den unterschiedlichsten Motorsport-Serien. Aber auch rasante Polizeiverfolgungsjagden. Carrera Go Plus vereint alle Besonderheiten und Funktionen von Carrera Go und erweitert diese mit einer zusätzlichen, auswählbaren Portion Fahrspaß. In Form einer Trainingseinheit, einem runden Rennen oder einer spannenden Verfolgungsjagd. Außerdem gilt es in der Boxengasse, bei einem Tankstopp, einem Motorservice oder beim Reifenwechsel der Schnellere zu sein. Dank Bluetooth-Verbindung mit der Gratis-App können zusätzliche interaktive Games gespielt werden. Außerdem fungiert die App als digitaler Rundenzähler. Carrera First ist die ideale Spielbahn für die Kleinsten und wurde speziell für Mädchen und Jungen ab drei Jahren entwickelt. Weltbekannte Top-Lizenzen wie Paw Patrol, Mickey und die flinken Flitzer, Disney Pixar Cars und Nintendo Mario Kart sorgen für jede Menge Spaß im Kinderzimmer. Die Bahnen in kindgerechter Farbe sind im Handumdrehen aufgebaut, einfach zu bespielen und durch den Batteriebetrieb auch ideal für unterwegs. Nun zu Carrera RC, den ferngesteuerten Carrera-Modellen. Carrera RC steht für High-End-Qualität. Die Produkte sind aus stabilen und langlebigen Materialien hergestellt, verwenden die neueste Technologie und sind auf großartiges Fahrerlebnis ausgelegt. Alle Carrera RC-Produkte sind mit der 2,4 Gigahertz-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, bis zu 16 Fahrzeuge, Flugobjekte oder Boote gleichzeitig zu steuern. Alle Carrera RC-Fahrzeuge sind ready to run. Das bedeutet einschließlich Controller, Batterien, Akku und Ladegerät oder Ladekabel. Dank der neuesten Batterietechnologie sind lange Laufzeiten bei kurzer Ladezeit garantiert. Das perfekte Fahrerlebnis wird durch Einzelradfederung und Differenzialgetriebe in Kombination mit der neuesten Elektronik erreicht. Großartige Lizenzen wie Nintendo, Red Bull, Ford, Mercedes-Benz, VW und Jeep bereichern das Carrera RC-Sortiment. Carrera Profi RC ist 100% Carrera RC-DNA. Top Speed bis zu 50 kmh, Allradantrieb, Ölstoßdämpfer, Metallgetriebe, digital-proportionales Fahren und Lenken. Ideal für fortgeschrittene und ältere Rennfahrer. Carrera Profi RC-Fahrzeuge sind spritzwassergeschützt. Im Sortiment von Carrera Profi RC stechen besonders die Lizenzfahrzeuge von Red Bull, Ford, Jeep und VW hervor. Carrera Profi RC wird für Rennfahrer ab 14 Jahren empfohlen. Die Carrera RC-Turnator-Familie bringt puren Spaß. Besondere Highlight-Funktion ist der 360-Grad-Flip-Action-Stunt. Alle Turnator-Fahrzeuge sind einfach zu steuern und begeistern jeden Fahrer wie Zuschauer. Der Mini-Turnator kann mit bis zu 15 kmh alle anderen bis zu 20 kmh Gas geben. Der Turnator Glow in the Dark überzeugt mit einer großartigen Lichtshow dank eingebauter LED. Der Turnator Superflex bietet zusätzlich die Möglichkeit zwischen On-Road und Off-Road-Modus zu wechseln, was noch mehr atemberaubende Stunts ermöglicht. Alle Fahrzeuge der Carrera RC-Turnator-Familie werden für Kinder ab 6 Jahren empfohlen. Die Action-Fahrzeuge bieten eine Vielzahl an besonderen Highlight-Funktionen. Sie erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 18 oder 20 kmh. Die Carrera RC Watergun zum Beispiel hat eine Wasserspritzfunktion, die Wasser aus dem eingebauten Tank bis zu 5 Meter weit spritzen kann. Deshalb ist sie perfekt für Wasserjagden im Freien gemacht. Der Carrera RC Jeep Wrangler Rubicon bietet mit seiner vom Controller aus steuerbaren Powerseilwinde zusätzlichen Spielwert. Die Mario Kart Fahrzeuge ermöglichen die Rennen vom Bildschirm nach draußen zu verlegen und begeistern durch ihr realistisches Fahrverhalten. Die Mercedes-Benz Ener-G-Force-Polizei gewinnt alle Verfolgungsjagden und macht durch Sirene und Blaulicht auf sich aufmerksam. Unsere Action-Fahrzeuge werden für Kinder ab 6 Jahren empfohlen. Carrera RC Buggies sind die idealen Fahrzeuge für kleine Rennfahrer. Die Red Bull Lizenz und viele weitere ausgefallene Designs runden das Buggie-Sortiment ab. Offroad-Fahrzeuge sind ideal fürs Gelände. Der kraftvolle Motor, die großen Räder und die erhöhte Karosserie eignen sich hervorragend für fast alle unebenen Böden. Lizenzen wie Red Bull, Ford, Mercedes, VW und Jeep bereichern die große Auswahl an Offroad-Fahrzeugen. Die Carrera RC Quadrocopter und Helikopter sind in der Luft. Das Gyro-System und die digital-proportionale Steuerung sorgen für atemberaubende Stunts und spektakuläre Kunstflüge in alle Richtungen. Dank der vielen speziellen technischen Features sind selbst 3D-Loopings für die Quadrocopter kein Problem. Ob Anfänger oder fortgeschrittener Pilot, für jeden ist das perfekte Flugobjekt dabei. Bei den Quadrocoptern kann man zwischen Einsteiger- oder Race-Quadrocopter bzw. Kameraausstattung wählen. Die Kamera ermöglicht die Aufnahme von einzigartigem Video- und Fotomaterial in High Definition. Die einzigartigen Nintendo-Mario-Copter sowie der atemberaubende Flying Cape Mario Helikopter aus Super Mario begeistern jeden Piloten. Carrera RC Boote sorgen für eine Portion extra Rennspaß auf dem Wasser. Bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 25 kmh fliegt das Carrera RC Race Boot fast über die Wellen. In der Verfolgung ist der Carrera RC Race Katamaran, der Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 10 kmh erreichen kann. Carrera RC Boote bringen maximalen Spaß im Pool oder auf dem See. Entdecke die Welt von Carrera!